Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, das ist der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Wir begrüßen alle, die heute zuhören zu einer neuen Folge aus dem Format Expert. Das sind die Episoden, die wir in der Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin DGKJ produzieren und eben in diesen Episoden einen ganz besonderen Blick auf wichtige und aktuelle Leitlinien richten. Und heute geht es um eine ganz wichtige Leitlinie, die sicherlich für alle, die Kinder behandeln, sei es in der Praxis oder Klinik, von allerhöchster Relevanz ist. Es geht um die Leitlinie Diagnostik, Therapie und Verlaufskontrolle des Diabetes mellitus im Kindes- und Jugendalter. Eine, wie der Titel schon ahnen lässt, sehr, sehr große Leitlinie. Und wir freuen uns heute, den Koordinator dieser Leitlinie als Interviewgast begrüßen zu dürfen. Hallo Dr. Martin Holder vom Klinikum Stuttgart. Ja, ich grüße Sie auch recht herzlich. Hallo Herr Holder, danke, dass Sie sich auch die Zeit nehmen, heute mit uns über die Leitlinie zu sprechen. Vielleicht möchten Sie sich eingangs den Hörerinnen und Hörern einmal kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Martin Holder. Ich bin leitender Oberarzt am Klinikum Stuttgart am Olg-Hospital. Das ist die einzige Kinderklinik in Stuttgart. Bin dort schon sehr lange tätig und leitet bei uns das Diabetes-Zentrum für Kinder und Jugendliche. Darüber hinaus haben wir noch in unserer Abteilung die Kinder-Nephrologie. Also ich bin auch noch Kinder-Nephrologe. Dann noch Stoffwechsel und die übrige Allgemeinmedizin. Und was uns jetzt so beschäftigt habe und ich wollte es hier noch an dieser Stelle ergänzen. Ich habe die Koordination zusammen mit Herrn Ralf Ziegler aus Münster gemacht. Die letzten fast drei Jahre, die uns beschäftigt haben, diese Aktualisierung dieser Kinderleitlinien, weil sie, wie Sie ja schon gesagt haben, so umfangreich ist. Ja, vielen Dank, dass Sie sich vorgestellt haben. Jetzt ist mir aufgefallen, haben wir uns gar nicht vorgestellt. Das machen wir normalerweise auch immer. Ich sage es noch mal kurz. Ich bin Nibras hier an meiner Seite Florian Barboa. Hallo Florian. Wir sind die Hosts von Hahnfußmund, dem Podcast, falls man hier heute das erste Mal zuhört. Ja, und in Anbetracht eben dieses großen Themas würde ich sagen, steigen wir doch direkt ein in die Thematik. Und vielleicht fangen wir erst mal mit was ganz Basalem an, nämlich einfach noch mal der Frage, welche Formen des Diabetes mellitus nach aktueller Leitlinie definiert werden und wie häufig sehen Sie solche Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter? Ja, die häufigste Form vom Diabetes mellitus im Kindes- und Jugendalter ist nach wie vor der Typ-1-Diabetes, also die klassische Autoimmunerkrankung. Und die kommt in gut über 90 Prozent bei den Kindern und Jugendlichen vor. Wir hatten schon vor 10, 15 Jahren große Angst, ob die Adipositaswelle und die damit kombinierte Typ-2-Diabetes, weil er aus Amerika zu uns herüberkommt. Aber freudigerweise ist die Anzahl der Kinder und Jugendlichen mit Typ-2-Diabetes wohl immer, wohl auch gestiegen in den letzten zehn Jahren, aber nach wie vor nur bei ungefähr ein bis zwei Prozent, etwa gleich hoch wie die anderen Typ-3-Diabetes-Formen. Darunter versteht man die monogenetischen Formen oder der neonatale Diabetes oder Diabetes bei Syndromen. Typ-1-Diabetes, Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, das kommt ja mit Abstand am häufigsten vor. Was spielen denn da die Gene für eine Rolle? Spielen die da eine derart große Rolle, dass die Familienanamnese da schon Ausschlag gibt auf die weitere Diagnostik? Also vereinfacht gesagt, wenn ich jetzt ein Familienmitglied habe, einen direkten Verwandten, der zum Beispiel auch an einem Diabetes leidet, macht es dann Sinn, alle Kinder, die direkt mit ihm verwandt sind, in weiterer Zukunft schon auf das Vorliegen eines derartigen Diabetes zu screenen und zu untersuchen? Oder ist das zu hoch gegriffen? Also die Lage ist so, dass eigentlich die meisten Familien, bei denen ihr Kind plötzlich an Typ-1-Diabetes erkrankt, völlig unvorbereitet und auch niemand in der Familie haben. Also neun von zehn Familien haben niemand in der Verwandtschaft. Es gibt schon genetische Veränderungen, die sind auch bekannt, die werden in einem Bundesland auch getestet oder können auch in zwei, drei anderen Bundesländern direkt nach der Geburt getestet werden. Wenn sie diese genetischen Veränderungen bei einem Kind nachweisen, heißt es, dass dieses Kind ein zehnfach höheres Risiko hat, irgendwann im Leben Diabetes zu bekommen. Wenn ein Elternteil erkrankt ist, liegt das Erkrankungsrisiko bei fünf bis sieben Prozent. Bei der Allgemeinbevölkerung ist es ja bei 0,3 Prozent. Und wenn ein Vater oder das Risiko für Kinder mit einem Diabetes erkrankten Vater ist dreifach höher als für Kinder mit einer Diabetes erkrankten Mutter, weiß man auch nicht warum. Und wenn ein Geschwister an Typ-1-Diabetes erkrankt ist, dann liegt es ungefähr auch bei fünf Prozent. Also Sie sehen, es ist schon ein gewisses höheres Risiko da, wenn Familienmitglieder erkrankt sind, aber es hält sich noch sehr bedeckt. Und dieses Risiko wird immer weniger, je älter die Kinder werden. Und wenn die ins Erwachsenenalter kommen, ist das Risiko im Vergleich wie sonst auch. Deshalb ist es schwierig, auf Ihre Initialfrage zurückzukommen, ob ein generelles Risiko-Screening oder wann man da nach Antikörper oder Autoantikörper sucht. Es tut sich da sehr viel, vielleicht kommen wir ja im Verlauf des Gesprächs noch einmal drauf zurück. Aber momentan würde ich da jetzt nicht grundsätzlich danach suchen. Okay, aber das ist ja schon mal ein klares Statement, womit die Kolleginnen und Kollegen, die zuhören, trotzdem schon mal was anfangen können. Man verzeihe uns auch, wenn wir in der Episode hier auch mal zwischen den Diabetes-Typen springen, je nachdem wann es thematisch passt, weil eben so viel in dieser Leitlinie ist. Das will ich aber vor allem lobend hervorheben, dass ich das Gefühl hatte, wenn man die vorliegen hat, dann kann einem eigentlich nichts mehr schocken. Man findet alle Infos, die man braucht zur Behandlung und zum Verständnis dieser Erkrankung in der Leitlinie. Also wirklich sehr gelungen. Entschuldigung, wenn ich das unterbreche. Das finde ich auch ganz gut, dass Sie das erwähnen. Aber wir sagen immer, nutzen Sie das. Das ist wirklich ein Schatz und es ist nicht nur ganz klare Handlungsempfehlungen, sondern fast schon lehrbuchmäßig. Gerade in manchen Kapiteln lohnt es sich, wirklich nachzugucken und Sie haben dann quasi da einen Handlungsfaden. Ja, ich will auch lobend hervorheben, dass Sie das Inhaltsverzeichnis zum Anklicken gemacht haben. Ich finde, das hilft bei einer Leitlinie immer sehr. Ich ärgere mich immer fast schon bei so langen Leitlinien, wenn das eben nicht ist. Wenn man scrollen muss, das ist wirklich sehr hilfreich, um dann schnell auch das, wie Sie sagten, zu nutzen, um zum Ziel zu kommen. Aber bei dem Stichwort Screening wollte ich eben auch noch nach Typ-2-Diabetes fragen. Gerade wenn jetzt zum Beispiel die Kinder übergewichtig sind oder vielleicht sogar adipös. Wie wäre es dort mit einem Screening? Ist sowas empfohlen? Da gibt es die Empfehlung, dass bei Kindern ab zehn Jahren, wenn die übergewichtig sind und wenn dann noch zusätzliche Risikofaktoren auftreten, wie zum Beispiel ein zusätzlicher Verwandter der ersten und zweiten Grades mit Typ-2-Diabetes oder wenn das Kind aus einer Gruppe mit erhöhtem Risiko stammt. Hier denken wir an Menschen mit lateinamerikanischer, afrikanischer oder asiatischer Abstammung, weil die ja deutlich höheres Risiko vom Typ-2 haben. Oder wenn das zehnjährige oder ältere Kind eine extreme Adipositas hat oder wenn dann noch zusätzliche Veränderungen da sind, wie eine massive Insulinresistenz, ein Hypertonus oder Dysalipidemie oder erhöhte Transaminasen, solche Sachen. Das steht aber auch in der Leitlinie so drin, in der Empfehlung. Und dann empfehlen wir schon, dass man dann so einen Oran- und Glucose-Toleranz-Test macht oder nachguckt, ein Hb1c zum Beispiel macht oder neuerdings vielleicht auch eine kontinue Glucose-Messung anlegt. Das war jetzt schon fast der diagnostische Faden, den es da gilt zu knüpfen, wenn es daran geht, einen Diabetes zu diagnostizieren. Vielleicht können Sie uns einmal in Kürze nochmal einen Überblick geben, was sind denn jetzt zum einen die Leitsymptome, die ein Patient, eine Patientin bietet mit einer Erstmanifestation eines Diabetes. Welche Untersuchungen sind nötig und welche Ergebnisse bringen mich dann wirklich zur Diagnose? Und vielleicht im dritten Schritt würde uns natürlich dann noch interessieren, wie kann man und warum sollte man dann zwischen Typ 1 und Typ 2 Diabetes noch unterscheiden? Die klinischen Symptome sind eigentlich sehr symptomatisch, also sehr typisch und treten in ungefähr 90 Prozent der Fälle auf. Wenn Sie da gezielte nachfragen, finden Sie fast immer diese Symptome. Die sind dieses häufige Wasserlassen, dann wirklich das ganz viele trinken, dann die Gewichtsabnahme und dann auch, wir nennen das immer auch in unserer Vorsorgekampagne so stetige Müdigkeit oder einfach Abgeschlapptheit oder Müdigkeit. Jetzt trinken ja viele Kinder eh schon viel oder manchmal sagt auch die Mutter, mein Kind trinkt schon viel, auch der Kleine schon. Am besten ist es so, wenn Sie fragen, was geschieht nachts. Also wenn plötzlich bei den ganz Kleinen die Windel so voll ist, dass sie überläuft oder plötzlich ein Jugendlicher nachts drei bis viermal auf die Toilette geht und dann noch zwischendurch trinkt, ist ja völlig ungewöhnlich. Dann ist es mehr als nur das heiße Wetter oder zum Beispiel die momentanen Schwierigkeiten in der Schule, weil man versucht ja immer, das auf irgendeine normale oder an gängigen Ursache dafür zu finden. Also diese vier typischen Symptome sind wirklich sehr typisch und in 90 Prozent der Fälle zu finden. Aber ganz arg wichtig auch, dass man bei länger bestehenden unspezifischen Symptomen mal einen Blutzucker macht. Das sage ich immer wieder, wenn zum Beispiel ein Kind anhalten müde ist oder schlapp ist, immer wieder Infekte hat oder wir hatten neulich mal ein Mädchen, was eh schon eine Brille trug, die hat plötzlich ganz schlecht gesehen, ist zu ihrem Augenarzt und hat plötzlich eine hohe Dioptrieverschlechterung gehabt. Eigentlich hätte der Augenarzt schon drauf kommen müssen und dann zwei Wochen später konnten wir den Typ 1 Diabetes diagnostizieren. Dann haben wir das Mädchen eingestellt und drei Wochen, vier Wochen später hat sie wieder die normale Brille getragen, wie vorher auch. Also bei so länger bestehenden unspezifischen Symptomen, wo sie nicht weiter wissen, dann vielleicht auch, das sind dann Kinder, die erst ganz, ganz langsam vielleicht in eine Stoffwechselentleistung geraten. Ja, danke, dass Sie die Symptome nochmal zusammengefasst haben, um die Frage von Florian nochmal aufzugreifen. Vielleicht nochmal die Grundpfeiler der Diagnostik. Also wahrscheinlich gibt es ein paar Dinge, die man eben zum Beispiel in der Notaufnahme schnell machen würde und ein paar Dinge, die im Nachgang erfolgen. Sie haben ja auch die Antikörperdiagnostik genannt. Da würde ich ja wahrscheinlich nicht sofort nur beim ersten Verdacht alles ankreuzen und losschicken, sondern erstmal schauen. Vielleicht so ein bisschen als Stufendiagnostik gedacht, was wären da so die richtigen Schritte zur Diagnose? Ja, eigentlich reicht Ihnen diese Symptome und ein Blutzucker über 200. Das sagen wir immer in dem Erstgespräch. Wenn Sie die typischen Symptome haben, wenn Sie ein Blutzucker über 200 haben und vielleicht auch noch Gewichtsabnahme, dann ist die Diagnose klar. Aber wir machen natürlich trotzdem. Sie müssen eine Blutabnahme machen mit einer Blutgasanalyse, um zu schauen, besteht eventuell eine Ketoazidose. Dann natürlich die Elektrolyte, falls Sie Flüssigkeit geben müssen, falls Sie da agieren müssen oder Insulin eventuell einen Bypass geben müssen. Dann auf jeden Fall die Autoantikörper. Da gibt es ja fünf, die Sie wählen. Das ist eigentlich bei den Kliniken immer, sollte das in Standards hinterlegt sein. Und dann auch ganz wichtig, ein C-Peptidwert, um zu schauen, wie viel Restaktivität da noch da ist. Weil, Ihr Kollege hat es ja schon gesagt, manchmal ist es gar nicht so einfach, wenn zum Beispiel ein Jugendlicher auch noch adipös ist. Am Anfang zu sagen, ist es Typ 1 oder Typ 2. Weil auch ein Jugendlicher mit Typ 2 Diabetes eine Ketoazidose haben kann. Er kann auch Polyuripolydipsie haben, also viel trinken, viel Wasser lassen und kann auch eine Gewichtsabnahme haben, sodass wir am Anfang wirklich nicht genau wissen. Und dann hilft uns zum Beispiel die Tatsache, dass, wenn zum Beispiel die C-Peptidwert ganz hoch ist, was völlig untypisch ist, spricht es eher für ein Typ 2 Diabetes. Wenn es erniedrigt ist, das ist ja die Vorstufe vom Insulin, dann spricht es eher für den Insulimmangel. Und was ich natürlich vergessen habe, ein Hb1c natürlich. Das ist ganz, deshalb Beweisen dann dafür. Und auch für die vielleicht notwendige initiale Therapie macht es ja auch einen Unterschied, welchen Typ ich habe. Natürlich die Ketoazidose, zu der wir nachher kommen, die bedarf einem anderem standardisierten Vorgehen. Aber wenn ich jetzt eben noch nicht diese Entgleisung hätte, dann wären ja auch die therapeutischen Schritte unterschiedlich, obwohl wir beides Diabetes nennen. Genau. Also in der Stoffwechselentgleisung müssen Sie alle beide Tüten gleich behandeln, bis es dann soweit ist, bis sie wieder stabilisiert sind und dann zeigt sich, in welche Richtung es geht. Aber eher dann, wenn die ohne Ketoazidose kommen. Bevor wir uns auf diese Ketoazidose stürzen, weil das ist natürlich etwas, wo ich heute sehr gerne darüber sprechen wollte, weil ich das auch sehr relevant finde für alle, die zuhören, wollte ich nochmal fragen, wenn wir jetzt eben die Diagnose eines Typ 1 Diabetes haben im weiteren Verlauf. Sie haben ja gesagt, das ist eine Autoimmunerkrankung und man weiß ja nicht selten sind die ja begleitet von anderen Autoimmunphänomenen. Nach welchen weiteren Erkrankungen würden Sie empfehlen zu screenen, wenn ein Typ 1 Diabetes diagnostiziert wurde? Wenn man einmal eine Autoimmunerkrankung hat, hat man leider das Risiko, Sie haben es ja schon angedeutet, dass man auch andere Autoimmunerkrankungen bekommt und die am häufigsten, nachdem wir auch regelmäßig in der Regel einmal im Jahr screenen, außer Sie haben einen auffälligen Befund. Das ist die Autoimmunthyroditis, also die Schilddrüsenerkrankung. Da bilden sich oft auch schilddrüssenspezifische Autoantikörper, oft sogar wirklich fast ein Drittel aller Jugendlichen haben welche. Aber solange die peripheren Schilddrüsenhormone in Ordnung sind, beobachtet man das und macht vielleicht alle zwei Jahre eine Sonografie der Schilddrüse. In zehn Prozent der Fälle kann eventuell eine Hypothoriose, also eine Unterfunktion, auftreten. Ganz, ganz selten sieht man eine Überfunktion, eine Hypothoriose. Die zweite Autoimmunerkrankung, wo früher nicht danach gesucht worden sind, die wir aber sehr konsequent machen und die auch relevant ist, ist die Glutenunverträglichkeit. Also diese Zöliakie, also Autoantikörper gegen Gluten, dass man da nachschaut. Und das ist auch so, dass da das Risiko bei ganz Kleinen sehr hoch ist, vor allem in den ersten fünf Jahren. Danach wird es weniger, aber es ist auch so, je nach Daten und je nach Stunde ungefähr fünf bis sieben Prozent. Also da schauen wir regelmäßig danach. Jetzt hat Nibras gerade schon das Wort mehrfach im Mund genommen und ich kann ihm da nur beipflichten, sagen, dass dem kommt eine große Bedeutung zu, auch für uns Normalomediziner und Medizinerinnen der Ketoazidose. Es ist nicht selten einfach auch das Erscheinungsbild von Kindern mit Neumanifestationen, zum Beispiel in der Notfallpraxis oder in der kinderärztlichen Praxis. Insofern führen Sie uns da einmal an dieses Symptom oder an diese Erscheinung ran. Was ist denn überhaupt eine Ketoazidose? Wie ist sie definiert? Und welche Therapiemaßnahmen sieht Ihre Leitlinie denn dann vor beim Vorliegen einer derartigen Ketoazidose? Ja, also die Ketoazidose ist so schön, ist so wie man schön immer sagt, multifaktoriell natürlich. Es stellt eine Stoffwechselentleistung dar und ist eigentlich potenziell lebensbedrohlich. Früher vor Einführung des Insulins, vor über 100 Jahren, hat man ja gar keine Chance gehabt, diese zu behandeln. Prinzipiell passiert es so, stellen Sie sich vor, die Zuckerwerte in den Gefäßen steigen, steigen. Sie haben eine deutliche Hyperglykämie, eine Überzuckerung und die führt zu einem osmotischen Gradienten, sodass die ganze Flüssigkeit aus dem Geweben in die Gefäße kommt und die Kinder dann wirklich ganz oft und ganz, ganz viel ausscheiden und ganz oft auf die Toilette gehen. Und das führt zu diesem Gewichtsverlust, zu diesen Elektrolytverschiebungen, zu dieser Exikose, sodass das so diese Hauptsymptome sind. Und die Exikose kann man am besten vom Grad her an der metabolischen Acidose messen. Da gibt es je nach pH-Wert mild, Mittelgrad und schwer. Schwer würde bedeuten ein pH-Wert unter 7,1, Mittelgrad 7,1 bis 7,2 und die leichte Form von 7,2 bis 7,3. Und das natürlich die Kombination mit diesem Extremflüssigkeitsverlust. Wir haben ja teilweise Jugendliche, die 10 bis 15 Kilogramm Gewicht abnehmen, bis sie dann manifest werden. Und der Körper versucht auch die Acidose auszugleichen, indem das Kind ganz arg anfängt, auch gegenzuatmen. Wenn die, die brechen natürlich auf der anderen Seite, dann haben sie ein Anscheinungsbild, was oft fehlgedeutet wird als schwerer Asthmaanfall. Sodass es wirklich manchmal schwierig ist, wenn sie eine Infektzeit haben und ein krankes Kind nach dem anderen kommt, dann einen Patienten mit Ketoacidose rauszufischen. Und manchmal ist das manchmal vielleicht am nächsten Tag völlig klar, aber es ist auch schwierig. Deshalb immer eine Bitte an alle, die in der Notfallpraxis oder im Krankenhaus tätig sind, immer mal schauen, die sind ja ausgemordelt, die sind fertiger als normal. Und lieber im Zweifel, wenn sie die Möglichkeit haben, eine BGA machen, gucken, was los ist. Und vielleicht einen Blutzucker. Und dann haben sie deswegen schon mal ausgeschlossen. Ja, danke für den Hinweis. Das ist immer, glaube ich, für denjenigen auch peinlich, der den Blutzuckerwert übersehen hat oder in so einem Notfallprozedere nicht an den Blutzuckerwert gedacht hat. Das ist wirklich auch so ein zentraler Aspekt. Ja, es ist schwierig. Vor allem ganz gefährdet sind ganz kleine Kinder, wobei sich das hoffentlich jetzt langsam herumgesprochen hat. Wir haben jetzt mittlerweile, also früher war das ja eine absolute Rarität, wenn ein Ein- oder Zweijähriger ein Typ-1-Diabetes bekommen hat. Jetzt haben wir aus Gründen, die man nicht wissen, ungefähr 30 Prozent haben mehr Kinder unter sechs Jahren mit Typ-1-Diabetes. Also wir haben ungefähr so 60 Manifestationen im Jahr. Dann sind es auch schon wirklich so 15 ganz kleine, ein, zwei, drei, vierjährigen. Dass man da dran denkt und nicht sagt, ah, der ist noch zu jung, das kann gar kein Diabetes sein. Und ganz schwierig auch so eher so Kinder und Jungen, die auch so sozial schwachen Familien kommen, die vielleicht nicht ihren zum regelmäßig immer zum Kind arzt gehen, der die Familie vielleicht gut kennt, sondern immer nur notfallmäßig kommen. Wenn irgendwie, wenn die ja so eine Stoffwechselentleistung, wenn das anfängt, dann sind die natürlich extrem anfällig für zusätzliche Erkrankungen, wie eine Tonsillitis, wie ein Harnwechselinfekt und so. Und in diesem Notfallbetrieb, dann wird immer nur kurz halt dieses primäre Symptom angegangen, kurz Antibiotika verschrieben und das Kind wieder weiter geschickt. Und da muss man so ein bisschen ein Gespür entwickeln. Aber ich weiß, es ist schwierig und ich würde da auch niemand böse sein. Okay, vielleicht jetzt als nächsten Schritt und da spitzen sicherlich die ganzen Assistenzärzte und Assistenzärztinnen, die in den Notaufnahmen sitzen, ganz besonders die Ohren, nämlich was die Grundpfeiler der Therapie der Diabetischen Ketoazidose sind. Und das ist ja, Sie haben ja gesagt, 60 Neudiagnosen, das ist ein Phänomen, das begegnet uns allen in der Praxis irgendwann mal. Aber das ist jetzt nicht ein tagtäglicher Begleiter der Notfallambulanz-Tätigkeit, zumindest in den meisten Kliniken, sodass hier, glaube ich, gute Kenntnisse von Nöten sind, weil man eben nicht so viele Fälle hat, um eine Basisroutine so aufzubauen, wie es bei manchen anderen Themen so ist, wo das alltäglich wird. Deswegen ganz wichtig, dass wir die hier vielleicht mal herausarbeiten. Was wären dann so die nächsten Schritte, die eingehalten werden sollten? Also die drei wichtigsten Therapieschritte sind erstmal die Rehydratation, also die Flüssigkeitsgabe. Sie können nichts falsch machen, wenn Sie zunächst einen, man nennt es ja dann Flüssigkeitsbolus oder Flüssigkeitschannels geben, so 10 bis 20 Milliliter isotone Flüssigkeit. Wir nehmen Jonosteril, in der Leitlinie steht immer noch, auch noch inertiell 0,9 Prozent. Und das über eine Stunde, das tut dem Kind auf jeden Fall gut. Sie sind ja schon, Sie haben ja schon einen Flüssigkeitsverlust. Sie haben hohen Blutzucker. Damit zeigt man auch schon etwas den Blutzucker und gleicht den Flüssigkeitsverlust aus. Das kann man auch nochmal wiederholen, also zweimal machen. Und dann muss man diese Kinder doch von der Flüssigkeit her deutlich ausgleichen. Aber nie mehr als vier Liter pro Quadratmeter über 24 Stunden. Weil wenn sie zu viel Flüssigkeit geben in Kombination mit Insulin, kann das ein Risikofaktor für das Hirnödem sein. Deshalb sollte eigentlich in allen Kliniken, und ich glaube, dass es in allen Kliniken so ein standardisiertes Vorgehen geben, so ein Sheet, wo man quasi die Sachen ausrechnet und dann peu a peu diese Punkte danach abarbeitet. Flüssigkeitsgabe, dann natürlich die Insulingabe. In der Regel, wenn die Kinder mit Ketoacidose kommen, dann als Insulinbypass. Oder sie liegen auf der Intensivstation, wo es vielleicht dann doch als zusätzlicher Bypass ohne in der Infusion kommt. Aber dann wird es gut überwacht. Und dann der Elektrolytausgleich. Weil wenn sie, sobald sie mit Insulin starten, ist es so, dass dann Insulin dafür sorgt, dass wieder Flüssigkeit ins Gewebe geht. Und dann natürlich auch wieder Kalium in die Gewebe wieder zurückgeht, was vorher verloren gegangen ist. Und da müssen sie ordentlich Kalium und bei ganz schweren Ketoacidosen auch Phosphat substituieren. So dass sie regelmäßig die Elektrolyte, regelmäßiges Monitoring machen müssen, regelmäßig die Acidose überprüfen müssen. Aber wie gesagt, da sollte es ein so ein Standarddissers Vorgehen in jeder Klinik oder in jeder Notfallpraxis, die dann die Kinder weiter betreut geben. Sie haben es jetzt schon mit einem Wort erwähnt. Das Hirnödem. Eine gefürchtete Komplikation im Zusammenhang mit der Ketoacidose Beziehungsweise mit den falschen Maßnahmen rund um die Ketoacidose. Klären Sie uns mal kurz, warum kann es überhaupt zum Hirnödem kommen? Und was sind die wichtigsten Punkte, die es zu beachten gilt, um genau das zu verhindern? Ja, erfreulicherweise ist es immer selten. Und wenn ich jetzt so überlege, haben wir es in letzter Zeit toi 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 schon lange nicht mehr gehabt oder vielleicht nur bei einem Kind, was von auswärts gekommen ist. Man muss schon in den ersten sechs bis zwölf Stunden schauen. Ganz wichtig von den Symptomen her ist, ist das Kind ansprechbar, hat es Kopfschmerzen, hat es zum Beispiel Krampfanfall, wäre ein ganz eindeutiges Zeichen für ein Hirnödem. Oder dann, wenn der Puls, die Pulsrate langsam höher geht, hoher Blutdruck oder wenn die immer schlapper und schlapper werden, da ist es ganz wichtig. Was kann es auslösen? Ich hatte schon gesagt, die viel zu hohe Flüssigkeitsgabe. Dann natürlich, sie versuchen ja den Blutzucker zu senken. Deshalb ganz wichtig, langsam den Blutzucker mit dem Insulinbypass senken. Deshalb muss der Insulinbypass auch dementsprechend ausgerechnet werden. Wenn es geht, nicht mehr als 100 Milligramm pro Deseliter pro Stunde. Und dann ist auch noch wichtig, dass sie natürlich nicht zu viel Kalium geben, dessen Grund, und bei schweren Ketoacidosen auf den Phosphatwert achten. Wir hatten jetzt doch einige schwere Ketoacidosen, die so eine schwere Hypophosphatthermie gehabt haben, die dann wiederum zu einer Encephalapidie oder zu einem Hirnödem führen können. Und da ist es wichtig, dass wenn sie dann das Kalium substituieren, dann 50% als Kaliumchlorid, wie sie bisher das gewohnt sind, und 50% als Kaliumphosphat so lange substituieren, bis die metabolische Acidose, die schwere ausgeglichen ist, also nur in der Mittelgrade oder Milde besteht, und bis das Phosphat wieder eindeutig über 2 ist. Also es spricht von Phosphatwerten, die unter 1 sind, also wirklich ganz schwere Hypophosphatthermien. Können Sie vielleicht noch sagen, welcher dieser Probleme, oder vielleicht, man muss ja auch mal Fehler nennen, ist es leider der häufigste, der dann ein Hirnödem begünstigt? Ist das das zu schnelle Senken dann des Blutzuckers? Zu schnelle Senken des Blutzuckers und zu viel Flüssigkeit. Okay, sehr gut. Deshalb diese Regeln mit dem 4 Liter pro Quadratmeter pro 24 Stunden, das sind wir wirklich, also Sie müssen dann quasi Haltungsbedarf in den ersten 24 Stunden quasi substituieren, und dann natürlich den Verlust des Patienten, was hat er bisher abgenommen. Aber wie ich eingangs ja schon gesagt habe, die haben 8 bis 10 Kilogramm abgenommen. Wenn Sie denen jetzt 10 Liter Vernuss plus noch vielleicht 3 Liter Haltungsbedarf, dann sind Sie bei 13 Liter in 24, das ist viel zu viel. Da müssen Sie ganz langsam machen. Und die Boli nicht vergessen, dass man die noch mit einberechnet. Ja, genau. Also ja, das je nachdem, das kann man, aber das wäre so an der Grenze. Und was halt obsolet ist, das hat man da gelernt, kein IV-Insulin-Bolus. Früher hat man das gemacht, teilweise machen sie es der Erwachsenen noch. Und auch keine Pufferung. Also auch wenn die pH 6,9 haben, erst mal Flüssigkeit, Flüssigkeit, Insulingabe, Mitbesserung der Acidose, also Mitbesserung der Werte, wird auch die Acidose besser. Super, vielen Dank. Nachdem wir jetzt zum Beispiel diese kritische Situation überstanden haben, der Ketoacidose, dann geht es natürlich weiter mit der Einleitung einer Dauertherapie, die dann notwendig ist beim Typ 1 Diabetes. Beim Typ 2 Diabetes muss das nicht sein. Wir fokussieren uns jetzt in den nächsten Fragen vor allem eher auf den Typ 1 Diabetes. Was ist da der Goldstandard für die anschließende Dauertherapie? Gut, wenn die Ketoacidose, wenn die Acidose ausgeglichen ist, dann müssen Sie ja anfangen, Subkutanes Insulin zu geben. Da gibt es das stattdarmäßig des ICT-Schema, also das ist die intensivierte konventionelle Therapie, in dem Sie 2, 3, 4 Mal am Tag zu den Mahlzeiten Insulinabgaben abgeben, kombiniert mit einer oder zwei Langzeit-Insulin-Gaben. Und neuerdings, und da ist auch unsere Leitlinie Federführend, wenn der Patient das möchte, wenn Sie sagen, der Patient profitiert davon, wenn Sie sagen, die Eltern, der Patient kann das auch umsetzen, wäre auch bei Größeren eine Insulinpumpentherapie von Anfang an möglich und auch empfehlenswert, weil, wir kommen sicher da nochmal im Laufe unseres Gesprächs dazu, weil es jetzt neuerdings so viele Möglichkeiten gibt, diese Insulinpumpentherapie mit einem Kultimul-Glucose-Messsystem zu kombinieren, dass da Systeme entstehen, die den Kindern und Jugendlichen doch deutlich helfen. Man muss natürlich bereit sein, Technik zuzulassen, man muss das auch gut schulen, aber wenn es mal funktioniert, ist es doch, was wir jetzt sehen, ein richtiger Segen und eine Revolution für die Kinder und Jugendliche, selbst auch für die Erwachsenen. Ja, das ist natürlich eine ganz tolle Entwicklung, die, glaube ich, viel Last auch von den Kindern und Eltern nimmt, die vorher ja regelmäßig spritzen mussten, lernen mussten, wie man spritzt. Je jünger das Kind, desto schwieriger auch dann die Überzeugung, die notwendig ist, dass man sich auf das Spritzen einlässt. Fangen wir aber vielleicht, bevor wir dann auf die Pumpen eingehen, erstmal mit der Messung an. Sie hatten ja schon von der Kontolierchen-Glucose-Messung gesprochen. Wie funktioniert das? Das hat ja schönerweise bei vielen Menschen dieses ständige In-die-Finger-Beere-Piksen, wie man das von früher kennt, ja auch abgelöst. Und wie hat diese neue Messmethode das Management des Typ-1-Diabetes auch beeinflusst? Die Einführung, wo dann die Systeme dann auch bezahlt worden sind, war ja 2015 nach dem IQWIC-Beschluss. Das hat die Therapie und die Behandlung der Kinder natürlich total revolutioniert. Sie müssen sich vorstellen, bisher haben die Kinder vier, fünf, sechs Mal am Tag den Blutzucker gemessen. Wenn Sie sehr ambitioniert waren, vielleicht zehnmal am Tag. Und dann hatten Sie eine gewisse Vorstellung, wie der Tag abgelaufen ist. Mit dem Kontinue-Glucose-Messsystem messen Sie ja den Glucose-Wert im Unterhaut-Fett-Gewebe. Je nach System nötig. Oder Sie bekommen so einen gemittelten Wert alle fünf Minuten. Das heißt, Sie haben plötzlich über 300 Messwerte. Es gibt eine gewisse, sagen wir mal, nicht Ungenauigkeit. Dieses Messsystem misst ja den Gewebezucker. Und der ist immer so zeitlich versetzt, so zehn bis 15 Minuten hinter dem Blutzucker. Das heißt, Sie haben, wenn Sie beide Systeme immer noch benutzen, zum Beispiel wenn das Kind jetzt was gegessen hat und der Blutzucker ansteigt, steigt dann der Blutzucker doch etwas schneller als der Glucose-Sensor. Das muss man natürlich den Älteren und den Patienten ausführlich beibringen. Aber wenn Sie damit umgehen können, haben Sie natürlich deutlich mehr Informationen. Sie wissen, wo komme ich her, wo gehe ich hin, in welche Richtung. Sie haben Pfeile, die auch sagen, wie schnell ich abfalle, wie schnell ich ansteige. Und das kann dann in das Management übernommen werden. Das ist der erste Vorteil, dass Sie eben viel, viel mehr Informationen haben und natürlich auch die blutigen Messwerte nicht mehr haben. Also wir haben Jugendliche, wir haben Kinder, die vielleicht nur noch einmal die Woche einen Blutzucker machen, wenn Sie damit klarkommen. Wahrscheinlich wird in fünf bis zehn Jahren vielleicht nur noch in der Klinik der Blutzucker gemessen, wenn überhaupt. Der zweite Vorteil ist, dass wenn Sie so ein kontinuier Glucose-Messsystem haben, die Systeme jetzt mit den neuen Pumpen zusammenarbeiten können. Und zwar über einen Algorithmus, im Prinzip ein Gehirn oder ein Computer, wie Sie sagen können. So, dass wir folgende Vorgehen haben. Wenn Sie eine Pumpe haben und einen CGM-Sensor, dann haben Sie erstmal einen Schutz vor Unterzuckerungen, weil die Pumpe beendet, die Insulinzufuhr, vorausschauend, wenn der Sensor quasi ausrechnet, dass in der nächsten halben Stunde das Kind unter einem bestimmten kritischen Wert gehen könnte und schaltet das Insulin ab, sodass das Kind eigentlich gar nicht in den Unterzucker kommt. Das kann natürlich schon in Einzelfällen passieren, aber ist deutlich weniger, sodass Sie auch keine reaktiven Überzuckerungen mehr haben oder auch schwere Unterzuckerungen deutlich weniger. Und der größte Vorteil dieser neuen Systeme, wir sprechen von diesen automatischen Insulinabgabesystemen, AID, Automatic Insulin Delivery Systems, die dann natürlich bei ansteigenden Werten, und das ist oft häufiger, gerade bei kleinen Kindern, aber auch bei Jugendlichen, erstmal das sogenannte Insulin, was andauernd läuft. Wir sprechen da von der Basalrate. So steigert, dass die Kinder eigentlich nicht über 180 gehen sollten. Sollte das noch der Fall sein, dass die Systeme vorhersagen, dass es doch höher geht, bekommen die Kinder einen Insulinpolus von diesen Systemen und je nach System alle drei Minuten oder jede Stunde. Somit haben sie auch nach oben die Ausschläge deutlich weniger, sodass sie quasi eine Reduktion der Glucoseschwankungen haben, einen Schutz nach unten und insgesamt eine deutlich entspanntere und deutlich stabilere Kurve. Und sie können zum ersten Mal gute Stoffwechsel-Einstellungen erreichen, ohne die Gefahr zu laufen, dass sie schwere Unterzuckerungen haben. Und das ist wirklich die Revolution und wirklich sehr gut. Vielleicht noch zu diesen Ausschlägen, die Sie genannt haben. Da gibt es ja noch diesen Parameter, der häufiger jetzt in aller Munde ist, die Time-in-Range. Es gibt ja nicht den einen idealen Blutzuckerwert, sondern es gibt eine Spanne, in der der Wert in Ordnung ist. Und der HbA1c kann ja, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch verstanden habe, aber ja quasi zwar sagen, ja im Schnitt haben wir vielleicht so eine Stoffwechsellage, aber der kann ja nicht sagen, wie viele Ausreißer nach oben und unten man hat. Also man kann eben diese sehr starken Amplituden der Welle haben, wenn man sich das so bildlich vorstellt. Und der Time-in-Range kann einem aber jetzt helfen, das besser einzuschätzen. Wieso ist dieser Parameter so wichtig auch? Also bringt es was, dass man dann eben diese Ausschläge verhindert? Ja, also Sie haben es richtigerweise gesagt, man kann einen HbA1c-Wert haben mit relativ stabilen Glucosewerten. Und bei gleichem HbA1c können Sie auch die extremen Schwankungen haben. Ich übertreibe jetzt mal 400, dann wieder 40, dann wieder 400, dann wieder 40 und dann haben Sie vielleicht den gleichen HbA1c-Wert. Aber natürlich ist das nicht gut für das ganze System, ist auch für Stress, diese hoch und niedrig. Wenn Sie aber eine Zeit im Zielbereich haben und da haben Sie auch die Therapieziele aufgrund der neuen Systeme und aufgrund auch der CGM natürlich CGM-Werte verändert, können Sie, wenn Sie deshalb auch ein Time-in-Range, also 70 bis 180, über 70 Prozent, dann haben Sie einen HbA1c-Wert von sieben. Und das wurde in einem Konsensus-Statement von 2019 hochrangig publiziert festgelegt, weil man gesagt hat, wenn wir es schaffen, 70 Prozent oder mehr im Zielbereich zu haben, haben wir ein HbA1c von sieben oder sogar drunter und haben quasi das erreicht, eine Stoffwechselsituation erreicht, wo wir guten Gewissen sagen können, jetzt ist das Kind gut eingestellt und möglichst mögliche Folgeerkrankungen quasi haben wir damit so weit wie möglich nach hinten verschoben. Und die Diskussion geht ja weiter. Jetzt mittlerweile sind diese IT-Systeme ja werden in den nächsten Jahren sogar noch besser, sodass man jetzt sogar teilweise von Zeiten spricht wie Time-in-Titer-Range. Also das ist dann 90 bis oder 70 bis 140 nur noch, also dass Sie wirklich dieses enger machen, sodass Sie quasi von HbA1c von 6,5 Prozent ausgehen. Aber jetzt erstmal die ersten Ziele, diese Therapieziele und dann schauen wir weiter. Ja, da scheint der Diabetes wirklich eine Paradeerkrankung zu sein, die vom Wissenszuwachs der Technik und von der Umsetzbarkeit wirklich sehr, sehr profitiert. Gibt es da schon große Studien, Untersuchungen, inwiefern diese kontinuierliche Glucosemessung und auch die Dauerinsulin oder automatisierte Insulinabgabe, inwieweit das oder wie sehr das die Morbidität von Diabetes-Patienten verbessert oder verändert? Nein, jetzt noch nicht. Jetzt zum Zeitpunkt der Aktualisierung unserer Leitlinien gab es ja vom IT-System auch nur diese kurzen Studien mit wenig Patienten und sowas, ganz viele, die haben alle in die gleiche Richtung gedeutet, Verbesserung der Glucosemerte, Verbesserung der Glucosemerte, deutlich bessere HbA1c-Werte, weniger Hypoglykämien, sodass wir das natürlich so quasi beschlossen haben. Aber wir konnten nur diese Evidenz B sagen und nicht die höchste Evidenz, weil es noch keine systematischen Reviews und Meta-Analysen gab. Just quasi direkt nach der Aktualisierung kam jetzt Ende dieses Jahres der erste systematische Reviews und Meta-Analysen kam heraus und der zeigt eindeutig, dass diese Systeme die Stoffwechsel-Einstellung verbessern kann. Aber es ist noch zu früh, um auf Ihre Frage zurückzuholen, um zu sehen, wie sich das längerfristig auswirkt. Vielleicht noch eine Rückfrage zu den automatisierten Systemen. Gibt es gewisse Kriterien, wo man sagen kann, wenn die erfüllt sind, können wir sowas empfehlen? Oder gibt es Ausschlusskriterien, wo man sagt, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, dann können wir so ein System auch nicht empfehlen? Würden wir dann eher eine klassische, intensivierte Therapie empfehlen? Gibt es da noch Einschränkungen? Es kommt darauf an, wenn sie ein ganz kleines Kind haben, sind natürlich die Eltern, die das System führen. Wenn es Jugendliche sind, müssen sie es ja selber machen. Es gibt nach wie vor noch Jugendliche, die keine Geräte an sich tragen möchten, die nicht quasi dieses Kontinuierliche haben möchten. Also da ist ganz wichtig, auch wenn zum Beispiel die Eltern dieser Jugendlichen sagen, mein Kind braucht jetzt ein AED-System. Wenn der Jugendliche das nicht möchte, dann machen wir das auch nicht. Also das ist ganz arg wichtig. Wir versuchen natürlich, die Jugendliche zu überzeugen und immer wieder mal anzusprechen. Aber das ist der ganz wichtige, limitierende Faktor. Und bei den kleinen Kindern kommt es darauf an, aus welchen Elternschaften natürlich. Wenn sie Analphabeten haben, wenn jemand nicht die Sachen lesen kann. Also es gibt ja nur so Sicherheitsfeature, wenn es vielleicht doch der Katheter abgeknickt ist. Also darüber läuft das Insulin in das Unterhautfettgewebe. Dann kommen Warnmeldungen, darauf muss man reagieren. Also man muss schon auch technikaffis sein. Man muss Apps bedienen können. Also man muss da immer wieder gucken, regelmäßig, was muss ich machen. Wenn das natürlich nicht gegeben ist, haben wir auch schon öfters gesagt, wir müssen die Familie erstmal kennenlernen. Wir bleiben erstmal bei der Spritzentherapie und fügen dann peu a peu mit ausführlicher Schulung und Einführung dann mal das erste Technikteil, also die Pumpe und dann nach und nach dann der Senso dazu. Ja, bei den ganzen Wundern der Technik, wenn man das so bezeichnen darf, könnte man ja den Eindruck bekommen, man braucht heutzutage zur Therapie des Diabetes nur noch das richtige Gerät, die richtige App und die richtige Software Einstellung, um das Ganze zu managen. und das Ganze wäre erledigt. Dem ist natürlich nicht so. Es gibt natürlich trotz aller tollen Entwicklungen immer noch Empfehlungen, wie sich Menschen mit Diabetes ernähren sollen, eine Ernährungstherapie. Können Sie uns dazu noch ein bisschen was erzählen? Was sind da so die wichtigsten Eckpunkte? Gut, wir haben vielleicht in dem Zusammenhang noch die, wahrscheinlich wird es eine Brille sein vergessen, die dann automatisch den Kohlenhydratanteil des Essens, was ich mir gleich zu mir aufnehmen möchte, dann schätzen kann, weil das ist das, sagen wir mal, das Wichtigste bei den Kindern und Jugendlichen mit Typ 1 Diabetes, dass sie natürlich eine ausgewogene mediterrane Diät halten sollten. Das würde uns ja alle gut tun mit viel, vielleicht auch Salat und Ballaststoffen, weniger Fett und weniger Eiweiß, weil die natürlich nicht so schnell eingearbeitet werden und dann erst später vielleicht dann doch zu höheren Glukosewerten führen. Also Fett hält immer den Zuckerwert hoch und Eiweiß kann es dann auch später dann erhöhen, wobei da vielleicht auch die neuen Geräte das dann wieder ausgleichen können. Und was aber wichtig ist, dass die Kinder, Jugendlichen, aber auch die Familien die Kohlenhydrate lernen, was sind Kohlenhydrate. Und bei dieser Ernährungsberatung stellen wir immer wieder fest, dass doch fast die ganze Familie davon profitiert, weil man dann plötzlich lernt, was sind denn Kohlenhydrate mit schnellem glykämischen Index, was nicht. Und da bin ich manchmal auch selber überrascht, was manchmal versteckt irgendwo drin ist, wo man gar nicht achtet drauf und wie viel Zucker irgendwo drin ist. Also quasi diese immense Zuckerlast, die ja überall bei unserem Essen ist, die für uns alle wichtig ist, dass man die reduziert. Ja, man muss richtig lernen, nochmal auf die Verpackung zu schauen, auch beim Einkaufen. Gerade wenn Produkte fertig schon sind und man nicht mehr viel damit machen muss, können sich darin ja auch Kohlenhydrateinheiten verstecken, mit denen man vielleicht auch gar nicht gerechnet hat. Genau, und Sie betonen es ja auch jetzt immer wieder, dass man viel lernen muss und viel an Wissen sich aneignen muss. Deswegen haben Sie in der Leitlinie ja auch nochmal was zum Thema Diabetes Schulungen geschrieben, die vielleicht in dem Inhalt, was dann geschult wird durch die neuen Technik, sich ja auch ein bisschen gewandelt hat, was dabei gebracht wird. Manches ist aber wahrscheinlich immer noch klassisch, wie jetzt zum Beispiel das Einschätzen von Kohlenhydrateinheiten. Können Sie noch mal erzählen, wieso es eben so wichtig war, auch in der Leitlinie nochmal zu betonen, welchen Stellenwert die Diabetes Schulungen haben? Da ist unsere Erfahrung, dass es auch mit der neuen Technik natürlich von den ganzen Technikherstellern kurze Videos gibt, wie man Geräte bedient und auf was man achten muss. Aber wir haben festgestellt, dass es trotzdem ganz arg wichtig ist, dass man lernt, die Technik gut einzusetzen. Auf was muss man achten? Was sind Schritte, damit man nicht schnell überfordert ist? Wie sind die Alarme zu deuten? Dann natürlich die Grundprinzipien der Insulinpumpentherapie, aber auch wenn jemand sich für eine Spritzentherapie entscheidet, wann ist der richtige Spritzessabstand von den Insulinen? Wann darf ich zuerst mal korrigieren? Da gibt es ganz, ganz viel Potenzial. Und natürlich auch, wie geht man dann um, gerade in ganz praktischen Sachen wie, was mache ich in der Schule? Was mache ich, wenn ich krank bin? Im Kindergarten bei kleinen Kindern? Also solche ganz praktischen Beispiele. Und da ist dieses multiprofessionelle Team dann doch sehr wichtig. Ja, was auch sehr wichtig ist, ist ein weiteres Thema, das Sie in der Leitlinie behandelt haben. Das sind psychosoziale Komplikationen der Kinder. Auch das ist, finde ich, sehr positiv zu erwähnen, dass die Leitlinie eben auch genau auf solche Aspekte noch mit eingeht. Aspekte, die vielleicht früher nicht immer so viel Beachtung finden konnten, wo es vielleicht auch nicht genug Arbeiten früher mal gab. Da hat sich die Datenlage ja bestimmt auch geändert. Können Sie da nochmal sagen, wie hoch das Risiko ist, dass Kinder eben psychisch zum Beispiel darunter leiden, dass sie an Typ-1-Diabetes erkrankt sind? Und würden Sie dann empfehlen, solche Patienten standardgemäß psychosozial zu begleiten oder das niederschwellig anzubieten? Oder ab welchem Punkt spielt das dann eine Rolle? Eigentlich ist ja das Ziel unserer Betreuung gleich von Anfang an, und das sagen wir auch den Familien und den Kindern, dass wir möchten, dass die Kinder genauso weitermachen wie vorher auch. Genauso die gleichen Ziele haben, aber sich nicht eingeschränkt fühlen. Und es gibt auch Studien, dass die Kinder mit Diabetes jetzt nicht primär psychosoziale Schwierigkeiten entwickeln oder schlechte in der Schule sind. Aber wie Sie sicher sagen, da gibt es ganz viel zum Nachlesen in unserer Leitlinie, gibt es natürlich schwierige Konstellationen, die schon primär die Verarbeitung des Diabetes vielleicht komplizieren können, wie zum Beispiel, wenn beide Eltern berufstätig sind, wenn viel Fremdenbetreuung da ist, wenn die Eltern getrennt sind und immer wieder dieser Wechsel zwischen Wohnungen und Wohnorten sind, wenn die auch so einen Rosenkrieg vielleicht miteinander führen, dann haben wir immer ein bestimmtes Auge auf Alleinanziehenden, dann spürt man ja schon, wie ist die Erziehungskompetenz, wie gehen die Eltern mit der chronischen Erkrankung ihres Kindes um, sind die irgendwie überfordert, wie können sie das einschätzen. Wir hatten auch schon Eltern, die dann in eine Psychose gefallen sind bei Manifestationen. Also das sind so erhebliche Schwierigkeiten. Oder wenn halt die Krankheit nicht akzeptiert wird. Und da ist ganz arg wichtig, dass man unterschwellig, Sie hatten ja schon erwähnt, Angebote macht. Auch die Teams sind geschult. Es sind in den Teams eigentlich Sozialarbeiter und Psychologen, die dann, und auch die unserer Diabetesberater, dass sie wirklich auch eine, so eine psychosoziale Kompetenz entwickeln und da immer wieder in Fortbildungen sich weiter schulen, dass sie rechtzeitig merken, wo ist jemand, wo man vielleicht doch jetzt eine psychologische Unterstützung bräuchte, wenn man vielleicht jemanden hat, der in die Familien geht, wo man, und da sind ganz viel Unterlagen in den Leitlinien. Es ist auch so Bewertungsbogen da, Schulungsmaterial, also gerade am Ende nach der Literaturverzeichnis, so Fragebögen, auf was man achten muss. Also da gibt es ein ganz, sagen wir mal, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, ein ganz großer Schatz und da fordere sie auf beziehungsweise ermutere sie, da mal nachzugucken. Vielleicht noch eine kleine Teilrückfrage. Sie haben gesagt, schulische Leistungen sind jetzt nicht per se evidenzbasiert schlechter bei den Kindern. Wie sieht es mit der Teilhabe an der Schule aus? Ist es dank der neuen Therapiemöglichkeiten vielleicht auch mit der Teilhabe etwas besser geworden, dass eben vielleicht nicht so viele Fehltage notwendig sind, weil dann die Ausbrüche, die, sagen wir mal, Fehltritte der Therapie geringer geworden sind? Auch da gibt es ein ganz eigenes Kapitel Inklusion und Teilhabe, weil das so wichtig geworden ist. Da ist leider so, dass die Familien oft, nachdem sie die Erkrankung gut verarbeitet haben, wieder auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen. Im bestimmten Alter wird auch im Kindergarten teilweise, aber auch in der Schule eine Integrationskraft momentan noch gefordert. Und allein schon bei der Beantragung, bei Finden einer Kraft, werden die Eltern oft zwischen den Kostenträger, der Krankenkasse oder dem Sozialamt hin und her, hin und her fast geschmissen, sodass teilweise Eltern bis vor das Sozialgerät gehen müssen. Das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Und es besteht ja Schulpflicht bei uns. Und es ist so, wenn teilweise die Integrationskraft mal krank ist, wird das Kind, das müssen Sie sich vorstellen, nach Hause geschickt, weil da niemand da ist. Oft klappt es auch ganz gut, aber oft gibt es diese Schwierigkeiten und das wirkt auf die Familien sehr zum Murben. Und deshalb gibt es ja jetzt auch schon erste Versuche, auch in Stuttgart, dass wir eine Gesundheitskrankenschwester, eine Gesundheitsfachkraft in den Schulen, gerade in größeren Schulen, implementieren, so nach Vorbild von Holland und Schweden. Und vielleicht ist das längerfristig dann auch eine Möglichkeit, dass die Kinder auch da vollständig integriert werden. Ja, man merkt, wir reißen jetzt gerade mit den letzten Fragen immer mal wieder interessante Punkte an, über die man sicherlich fast schon eine eigene Podcast-Folge machen könnte. So eben das Thema Teilhabe zum Beispiel am Alltag. Wir haben auch in der Episode bisher eben auch sehr, sehr viel über den Typ-1-Diabetes gesprochen, haben es anfangs erwähnt und betonen es hier nochmal, dass die Leitlinie sich aber nicht nur dem Typ-1-Diabetes widmet. Bevor wir vielleicht gleich noch erwähnen, welche Aspekte wir bei der Erkrankung jetzt nicht klären konnten im Podcast, was noch eben in der Leitlinie steckt, vielleicht doch nochmal zumindest kurz der Ausblick in Richtung Typ-2-Diabetes. Da haben wir anfangs drüber gesprochen, ist gerade bei jungen Kindern zum Glück was sehr selten ist. Mit dem zunehmenden Alter steigt aber das Risiko. Lebensstil ist, denke ich, vielen und allen Hörerinnen und Hörern bekannt, dass das eben ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist. Ich fand es sehr spannend, dass Sie eine Flowchart mit eingebaut haben, wieso die Therapie anfangs, je nachdem, wie die aktuelle Stoffwechsellage bei Diagnosestellung des Typ-2-Diabetes losgehen sollte. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen drauf eingehen, einfach nur so einen Ausblick zu geben, was sich eben auch zum Typ-2-Diabetes in der Leitlinie findet. Das ist ein ganz wichtiges Thema, Anami. Und da ist auch dieses Kapitel Typ-2-Diabetes und auch andere seltene Diabetesformen recht groß geworden, also viel Information. Und es ist so, dass wir auch da mehr Möglichkeiten haben. Wenn von vornherein es klar ist, dass es ein Typ-2-Diabetes ist, hängt es so ein bisschen von den Werten und von dem klinischen Zustand ab. In der Leitlinie, in diesem Flowchart, das Sie erwähnt haben, ist so als Grenze so ein Hb1c von über 8,5 gesetzt. Ich hatte jetzt auch schon mehrere Jugendliche, die etwas höhere Hb1c-Werte hatten, die aber sehr motiviert waren von Anfang an, wo wir gleich Ernährungsberatung starten konnten, Vermeidung von den ganzen Produkten mit diesem wahnsinnig hohen glykämischen Index, dann die Metformin-Gabe angefangen haben und dann vorübergehend bei ganz hohem Wert auch mal eine kurzfristig für einige Tage Basalinsulin-Gabe. Aber wir haben im Folgenden dann noch mehr Möglichkeiten als früher. Ich erwähne nur vielleicht ganz kurz diese Glykagon-Like-Peptid-Eiz-Rezepte-Agonisten, wo jetzt auch teilweise ab 10 oder ab 12 Jahre zugelassen sind, die wirklich auch sehr hilfreich sind beim Abnehmen helfen und die Zuckerwerte, die Glucosewerte verbessern. Oder auch die Stoffe, die jetzt so langsam kommen, wo wir noch nicht so viel Erfahrung haben, aber die jetzt auch teilweise zugelassen sind, sind diese SGH-T2-Inhibitoren, die hemmen diesen spezifischen, renalen, natriumabhängigen Glucose-Transporter. Also da ist ganz viel im Fluss und auch bei den ganz seltenen Diabetes-Formen wie der ganz frühen neonatalen Diabetes oder die ganzen monogenetischen Formen wie jetzt die MODIS oder Lipodystrophie, da wird in dieser Leitung, dieses Kapitel ist sehr umfangreich, wird ganz detailliert über die Diagnostik, über die Klinik und welche Möglichkeiten momentan da sind zur Therapie berichtet. Ja, danke. Ich kann nur motivieren, eben diese Abbildung 3 in der Leitlinie sich auch mal genauer anzuschauen. Ich fand, das war sehr schön zusammengefasst, eben in einem Flowchart, welche Möglichkeiten da bestehen, sodass da man eben schnellen Überblick bekommen kann, in welche Richtung so eine Therapie dann auch gehen kann. Ja, jetzt haben wir es eben schon angedeutet, vieles konnte hier nur angekratzt werden, haben trotzdem über eine Stunde auch gesprochen über dieses wichtige Thema. Alle Aspekte der Leitlinie, wie gesagt, können wir im Podcast nicht abbilden. Deswegen eben an der Stelle vielleicht nochmal die Möglichkeit, Herr Holder, nochmal auf die Kapitel hinzuweisen, die da auch noch mit reingeflossen sind, die es zwar jetzt hier in die Besprechung im Podcast nicht geschafft haben, die aber sehr, sehr wichtig und erwähnenswert sind, dass man sich diese eben bei Bedarf auch nochmal genauer anschaut. Ja, es gibt noch mehrere Kapitels, gerade mit ganz praktischen Hinweisen, was mache ich, wenn ein Kind mit Diabetes operiert wird. Dann ganz wichtiges Thema, was sich auch gerade verändert mit den neuen Techniken, was ist mit Diabetes und Sport, ganz dezidiert, auf was man achten soll. Und dann natürlich das Sick Day Management, was ist, wenn die Kinder krank werden. Und diese Kapitel sollten immer wieder mal mit den Patienten und Familien besprochen werden. Da sind wertvolle Tipps und Einleitungen da. Und gerade dieser Sport ist ja immer sehr ganz individuell. Und da denke ich, werden manche froh sein, wenn sie da praktische Tipps bekommen. Und vielleicht als Schlusssatz nochmal ganz wichtig, benutzen Sie die Leitlinien, nehmen Sie sie auf in Ihren Alltag. Es gilt jetzt, diese neuen Empfehlungen und die Therapieziele und auch die Vorgaben wirklich in diese alltägliche Versorgung einzubringen, umzusetzen, auch neue Richtlinien zur Begutachtung zu erstellen, damit wir dann wirklich diese Ziele, die wir uns vorgenommen haben, dann auch gut umsetzen können für unsere Kinder und für eine verbesserte Versorgung unserer Kinder und Jugendlichen mit Diabetes. Ja, das finde ich ist ein super Schlusswort. Und ich kann das auch nur unterstreichen. Ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben, dass die Leitlinie ja wirklich ganz toll ist, weil sie ja schon Lehrbuchcharakter hat mit einem übersichtlichen Inhaltsverzeichnis. Und ich finde es bei einer Leitlinie immer großartig, wenn man aus dem Inhaltsverzeichnis sich in die Kapitel schon klicken kann. Das macht es einfach deutlich praktikabler im Alltag, gerade wenn die Leitlinie länger geworden ist, dass man da immer wieder schnell zu dem richtigen Punkt kommt und nicht suchen muss. Deswegen finde ich die ganz klasse. Ich verlinke hier die Episode natürlich in der Episodenbeschreibung die Leitlinie nochmal, sodass man hier vom Hören direkt da rein klicken kann und nicht lange suchen muss. Aber auch über Google würde man schnell zum Ziel kommen. Ich bedanke mich an der Stelle nochmal von meiner Seite, aber auch von der Seite aller Hörerinnen und Hörer, Herr Holder, für Ihre Zeit, dass Sie hier Rede und Antwort gestanden haben zu dieser Leitlinie, die ganz gelungen ist. Ich hoffe, dass viele, die zuhören, die vielleicht auch ein betroffenes Kind zu Hause haben, hieraus noch einen Mehrgewinn ziehen konnten und eben auch die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die hier zuhören, was mitnehmen konnten für den Alltag und dadurch auch aufmerksam geworden sind auf diese Leitlinie und diese eben, wie Sie schon appelliert haben, anwenden. Ja, und so bleibt mir nichts anderes übrig, als gute Gesundheit allen da draußen zu wünschen. Wir hören uns bei der nächsten Folge, eben auch bei der nächsten DGKJ-Kooperationsfolge. Da freuen wir uns schon drauf. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Vielen Dank.